was ist denn das der klickertritt von hinten von Fekir oh, der hat sich da heute tritt die ganz rote Karte eine Güte was ist denn da los da kam eine Attacke von hinten von Fekir wie aus dem Nichts das kann er doch nicht mit Absicht gemacht haben also da hat der Schiedsrichter aber überhaupt nicht gezögert ja, der tritt von hinten in die Beine und dann noch auf den Arm und das ist das eigentliche Problem da tut sich Beiß richtig weh bei also diese rote Karte hier, der tritt im Grunde noch einer hinterher